moin moin willkommen zurück zur weiteren folge elli für die switch und ja also langsam wir haben jetzt schon vier kristall uns fehlt noch einer und langsam sind wir gerade direkt auf der spur jetzt müssen wir noch eine kugel besorgen für bird der mechaniker und diese kugel funktioniert gar nichts und ich glaube das ist diese hier jetzt haben wir sie und jetzt muss die wahrscheinlich irgendwo hin oder müssen wir sie zurück zurücklaufen glaube ich na ja auf jeden fall braucht er diese kugel können wir forschen dass es einfach nur diese ist jetzt hier was wir genau wieder machen wollen weiß ich gar nicht wenn die zurückbringen müssen da ist er schon okay wird der geschickte hurra du hast die allmächtige kugel gefunden bitte bringen sie zum rotationsbeschleuniger zurück das macht mich unheimlich glücklich wenn du jetzt noch den letzten kristall finden könnte ist damit die zeremonie auch einen nutzen bringt wäre ich auch nicht dankbar ich denke es ist zeit loszulegen ich werde mich also auf den weg zu machen auf wiedersehen okay wo wir die hinpacken können wo genau die hinsoll weiß ich auch nicht was der richtige weg da rotiert ja schon mal gar nichts zum anfang des levels kann ich gut sein jetzt auch nicht super sicher aber alle systeme in bewegung macht macht ja super neues level was noch schwieriger werde als die vorherigen die waren jetzt nicht wirklich super schwierig gebe ich zu da gibt es schwierige sachen aber es sieht ganz danach aus als ob wir hier noch mal ordentlich was machen müssen aber genug speicherpunkte haben wir glaube ich aber was ach so ich darf nicht die fallen stimmt habe ich mir gedacht einfach mit treiben zwischendurch dann kann man seine handgelenke schonen lange wie ich gerade merke aber ab und zu muss man ja auch mal gut sein lassen nein da war noch ein speicherpunkt aber wie jetzt das denn shit wir werden ganz im weg noch mal jumpen das ist ja blöd hättet ihr euch auch anders gewünscht gebe ich zu so jetzt aber pass auf ein beherzter sprung danke aber zumindest mal wieder hier an wenn wir runterfallen sollten und genau in dem moment wo ich sage wollen wir drunter wo wir genau hin soll weiß ich auch noch nicht so kommen kann ich so viel man kann sich leider keinen blick verschaffen hier das ist ein bisschen schade ich denke mal es geht nach oben ja okay das kann man nicht schaffen so das geht natürlich nicht so hier laufen wir noch weiter vielleicht in die andere richtung hier laufen dann können wir das ding in der mitte erwischen da kommt er langsam auf uns zu da ist er schon da ist er schon nach oben perfekt hier gibt es irgendwas wenn es so groß dimensioniert aufgebaut worden ist anscheinend nicht mehr rein jetzt sagt und runter da sind geschäft was kauft haben wir noch so hier das kommt das ist schon eleganter aus schwarzer hut weißer mantel wird das das letzte level sein ich bin die anführerin der mann ich bin die anführerin der mann das hat zeit abgelaufen na 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 jaencer heute gespannt sind ja deutlich nicht schön aus dass das zeitloch ist alles auffrisst oder was ist das Du, der Schlaue. Hallo, du. Dru ist wieder da. Das war eine schnelle Zeremonie. Es freut mich sehr, dass ich zum Anführer der Mandroga ausgewählt wurde. Junge, Junge. Darüber bin ich wirklich sehr gefreut. Aber das drohende ewige Nichts. Sieh dir die riesige Spalte da unten an. Du lieber Himmel. Komischerweise ist noch eine weitere Spalte offen. Zwei offene Spalten zur gleichen Zeit. Das ist eigentlich gar nicht möglich. Mir schaudert's. Das ist wirklich eine beängstigende Zeit. Ich glaube, ich gehe nach unten und suche die Größere. Schließlich bin ich die auserwählte Anführerin. Bitte holt den letzten Kristall zurück, meine zuverlässige Beschützerin. Bis später, Ellie. Ja, machen wir. So. Komm weiter her. Oh. Bam. Da bin ich. Los, der letzte Kristall. Holen wir uns den. Los geht's. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, jetzt haben wir den letzten Kristall, würde ich behaupten. Das reicht doch nicht, das ist doch ein Kristall. Das tut mir fast. Hu, hui, hui. Ich vermute, dass du noch immer blinzeln und doppelt springen kannst. Das sollte in dieser Zeit eben gar nicht möglich sein. Ja, wir kommen der Tat am Ende tatsächlich immer näher. Okay, jetzt haben wir unsere Fähigkeiten auch hier. Natürlich sehr praktisch. Yes. Oh, jetzt wird es natürlich spannender nochmal. Guck mal, jetzt können wir mich überall wieder hin. Natürlich sehr cool. Oh nein. Okay, das wird mir schwieriger hier alles. In diesem dreidimensionalen Raum das nochmal zu machen alles. Das finde ich schon hardcore. Guck mal. Es ist doch, es ist doch wie verhext. Oh. So, wir sind mit dem Fahrschul. Muss ich irgendwie rausspringen? Der kann ja gar nicht. Der kann ja nicht. Aber will ich das? Lass ihn mal runterfahren. Verrückt. Sonst jetzt auch hier nutzen kann. Das ist natürlich irgendwie abgespaced. Oh. Guck mal, da unten sehe ich schon, wie weit wir da springen. Oh. Oh, das ist ja schwer. Oh. Mal kratzen. Oh, was ist denn das? Das ist echt schwierig zu sehen. Also ich finde das. Ich finde das wirklich schwierig zu sehen. Da ist mal rauf zu kommen. Guck mal. Ey, wieso lande ich nicht auf dem scheiß Teil da? Wollte ich drauf landen? Ich weiß das gar nicht. Aber ich glaube schon. Äh? Bist du verrückt? Ich will ja auch kein Schatten von mir. Sonst würde ich... Da. Äh? Bin ich so? Bin ich so was von den Augen hier? So. So. So, und hier runter. Gott sei Dank. Hier ist auch runter. Okay. Okay. Ich dachte, die sind alle eins gleichzeitig. Aber das tun die gar nicht. Oh, das ging echt schade. Ich dachte, ich könnte mich da schon irgendwie hinblinzeln. Das funktioniert nicht. So, bleiben wir jetzt einfach draußen. Ist ja auch uncool. Das geht natürlich auch. Das geht natürlich auch. So. So kann das natürlich auch machen. Äh. So geht's auch. Uh. Wow. Ich bürg der beste Mechaner. Kann mit Stolz sagen, dass ich in der Zeremonie nie erfolgreich war. Wenn du es schaffst, den Kristall rechtzeitig zurückzubringen, werde ich zur Feier eine Million neue Maschinen bauen. Okay, ich muss mich beeilen. Tschüss. Tschüssi Kowski. So. Ach, warte mal. Warte mal. Können wir das bestimmt durchbeamen, oder? Aber das können wir bestimmt. Okay. War das der richtige Weg? Wahrscheinlich nicht. Aber irgendeinen Weg müssten wir ja gehen. Und hier runter. Okay. Hier ist das große Schloss. Schon mal gut zu wissen. Woa, tot. Na gut, fahr mal wieder hier. Ist ja auch nicht verkehrt. Drei mal. Und hier ist das große Schloss. Wir gehen erstmal hier längs Hier ist schon mal der Schlüssel Das ist schon mal gut Hier können wir schon rauskommen Ah, warte nochmal Ah Mann, Mann, das ist ganz geil mit der Fähigkeit, dass man die hier hat Wir haben schon vorher ein Spiel müssen bekommen So, weiter geht's Und Oh Warte, ich muss nochmal leben, bitte So Okay, hier ist das Schloss Wo wir schon mal nachher hin sollen Wenn wir dann Schüssen haben Raus geht's So Mal gucken, wo er die hingesetzt hat Okay Oh So Hier guck mal rüber Oh War spannender, war spannender, ne So, Gas müssen wir bald mal finden Und wir müssen auch mal den fünften Kristall irgendwie bekommen Das war jetzt kein Kristall, den wir hatten Ich bin gespannt Ich bin gespannt Oh 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 Okay, ich weiß doch gar nicht, wo wir hin sollen, jetzt muss ich zugeben Was muss er in diese Richtung gehen, würde ich überhaupt Und Und Skodi fröhlich, hurra Du schon wieder Ich glaube, das ist ziemlich cool Ich mag Zeit nicht Oh, es wird etwas warm, Zeit aufzubrechen Die sind irgendwie unhilfreich, oder? Die sind irgendwie unhilfreich, oder? Die haben so einen Null-Nutzen Ah Vielleicht hab einen Oh War zu weit Scheiße So Das Gefühl des Untergangs Da hinten ist Garsti Ach Die werden wir nochmal schnappen, da Garsti, du hast den letzten Kristall Hör auf damit Bist du das Wahnsinnsfette Beute Macht sie Die springt da rein? Ist sie dumm? Na ja, anscheinend ist sie dumm Okay Das heißt, wir müssen sie jetzt retten Der blöde Ey Wo fang ich nicht wieder an? Aber klar Ich hab irgendwo falsch geguckt Was? Was? Woll ich verarschen? Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich da so Storben bin von dieser kleinen Höhe da Aber bin ich anscheinend Das ist schon ein bisschen frech, oder? Tief war das dann auch nicht Warte mal Gut Wir müssen jetzt hier längs? Na gut Boah Deine Passagen hasse ich so ein bisschen, aber wir schaffen es Ich bin immer auf dem Schattenachten Ich bin immer auf dem Schattenachten Ohhhh Wie gesagt, schon immer auf dem Schattenachten Wäre schön, wenn ich das jetzt Wenn man die Kamera einschneiden könnte, so Wäre es ein bisschen cooler Wäre es ein bisschen cooler Weil dann könnte ich jetzt immer genau sehen Wie ich springen muss Und so finde ich es schon recht schwer Oh naja Sollen wir ja anscheinend nicht Oh ok, jetzt gehen wir neben Nicht so schlimm Oh, aber es wird dicht dran Aber wir müssen den ganzen Weg hier laufen, ne? Das ist natürlich ein bisschen blöd Hä? Da muss ich noch ein bisschen weiterspringen Dammit Dammit Das gibt's doch gar nicht So, warte mal Wir müssen hier weiter Wird er wieder reinspringen? Ja, anscheinend Ok Was immer jetzt passiert? Passiert Bin gespannt Das ist gar nichts Wo wie du dann Zeitstrudel? Das ist gar nichts Wo wie du dann Zeitstrudel? Hier wahrscheinlich Wohl noch sieht man nichts, ne? Dann müssen wir kurz ein bisschen rumjumpen Denn ich weiß gar nicht Wo wir genau hin sollen Oh, da kriegen wir eins Du der Schlau Ich bin gleich bewegen Nur nach hinten nach vorne Ok Ah, da ist ein kleiner Heini Da geht die Tür auf Super Und zurück Und zurück Und jetzt ist er hier Guck mal in die Tür auf Auch nicht schlecht Und was macht er jetzt? Der geht die Tür da hinten auf Ok Abgefahren Naja, war jetzt nicht so viel Spiel Aber wir schauen mal Hui Das war zumindest die Speicher Oh, das müsste aber jetzt So ein Kristallding sein, oder? Ja Sollen wir uns beilen? Weiß nicht, ob wir heute einen Vorsprung bekommen, aber Ich blinze mal ganz viel Und jetzt geht's zu Du Dach Und Da Dach Du Du Oh nein. Einen hat er mich erwischt. Scheiße. Trotzdem, wir schaffen es noch. Das ist Garsti. Stopp, Garsti. Oh oh. Der letzte Kristall. Oh nein. Oh komm. Freundschaftssied. Helf dir hoch. Oh nein. Ich hab die Eid fallen lassen. Die Dogenutzt. Was passiert jetzt? Ich hab die Eid fallen lassen. Ich hab die Eid fallen lassen. Ich hab die Eid fallen lassen. Das ist so traurig. Konnte dieser ehemaligen Freundin nicht helfen? Obwohl, sie sitzt ja da. Wer läuft denn da? Was ist das hier? Ich gucke sie sich ihre ganzen Geschehnisse noch mal an. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, jetzt weinen sie alle. Oh nein. Oh nein. Guck mal, der Bert, der Mechaniker weint auch. Geburtstag feiern ist nicht mehr so cool. 600 Jahre alt geworden. Dann lass mal nicht Gas, die ist mit einem Kristall. Das war alles nur Spaß. Eingepackt in einem Paket. Das war alles nichts. Ahem. Und gut. Und so wurde Garstie bewusst, dass sie noch nicht bereit war, eine Beschützerin zu sein. Mit Ellies Hilfe könnte sie dies jedoch bald erreichen. Super. Das Ende. Ja, ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch irgendwie unterhalten. Und ja, also für den Preis macht man jetzt nichts verkehrt bei dem Spiel. 14,99 Euro, glaube ich, im eShop. Was soll man dazu sagen, ne? Haut es euch rein, wenn ihr Bock drauf habt. Ansonsten habt ihr alles gesehen, was ihr machen könnt. Aber es gibt natürlich noch viele Abschnitte, die ich nicht gespielt habe. Also Abschnitte nicht, aber fehlen bestimmt noch ein paar Münzen und so. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020